Es ist die sicherste Art des Reisens. Doch jeder dritte Mensch hat Flugangst. Was bedeutet das? Ich habe keine Lizenz für Instrumentenflug, also muss ich höher fliegen. Kannst du es nicht irgendwie stabilisieren? Das Flugung da reagiert irgendwie nicht richtig. 20.000 Fuß, stimmt das? Das ist unendlich. Mayday, Mayday, ich glaube wir haben hier ein Problem. Was ist denn? Das Ding, Oma Sarah, wir müssen auf den Kern. Jetzt sofort! Hey, was genau läuft hier? Du bist der Pilot, hol uns hier raus! Aber irgendwas hat sich da verglämmt, denke ich. Sorry, du kannst da nicht raus. Immer noch besser als zu sterben. Was war das? Ich hab da was gesehen! Was ist passiert? Bin ich der Einzige, der hier vollkommen abdreht? Bauerstoffmangel, Kurzabmigkeit. Was ist, wenn wir Teil eines großen Experiments sind? Hört auf! Mach vor und hört auf! Das war schon mal und passiert auch wieder. Über den Wolken wird eine Angst G간zenlos sein. Was? Du verdammts! Tschüss! Lass mich los! Altitude Untertitelung des ZDF für funk, 2017